Raphim hat weitere Kämpfe in der Arena gewonnen, doch das Eingreifen von Yalan hat die Bewohner von Mendena von der Tribüne getrieben. Ein wilder Mob stürmt die Veranstaltung, alles endet in einer Rüden-Prügelei. Was euch dies am Ende genutzt hat? Etwas Geld in den Taschen, doch die Kiste mit den Diamanten wurde für den Schuldschein eingetauscht und so steht ihr nur noch mit wenigem Habe vor einem Problem. Zudem wurde der Wagemut von Goldhand nicht vergolden, die Schwerder Borberats haben ihn festgenommen für diese Unruhen, die er verursachte. Doch alles könnte so einfach sein, denn das Sternen-Kollier befindet sich bereits in eurem Besitz, ihr müsstet es nur noch beim Fälschermeister einreichen und bekommt im Gegenzug euer Siegel. von Xera. Was ist nun wichtiger, die Befreiung von Yalan, der wagemutig nach vorne geprescht ist, oder das Enter eines Heptarchen. Die Prophezeiung von Layouten und Freisop kann nur mit euch erfüllt werden. Und so beginnen wir in der Rabengasse. Ich würde sagen, unser Zeitfenster hat sich gerade dramatisch verengt. Das ist nicht ideal gelaufen. Ich bin mir nicht sicher, was er da überhaupt getan hat, aber diese Wache konnte mir ja nicht mal sagen, warum sie ihn mitgenommen haben. Ich meine, Gründe gäbe es genug, aber... Naja, es bringt jetzt auch nicht viel, nochmal darüber nachzudenken. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Es ist passiert, wie es passiert ist. Sollten wir gucken, was wir aus der Situation am besten machen. Wie ist unser weiterer Ablauf? Wollen wir ihn zuerst raus oder kümmern wir uns um das Goldene Haus? Wir bringen als erstes das Collier zu dem Fälschermeister, denn der wird möglicherweise Zeit benötigen und... Ich weiß nicht, Yalan wird uns wahrscheinlich dafür fressen, aber die könnten möglicherweise den zweiten Gefallen bei ihm gegen einen Freilassungsbefehl tauschen. Ein Versuch wäre es wert. Welchen zweiten Gefallen? Freut mich doch bitte noch einmal auf den Stand der Dinge. Nun, der Fälschermeister verlangte einen Gefallen für einen zweiten Gefallen, den wir ihm tun. Kurkan hat hart verhandelt und deswegen bekommen wir mehr als nur die Passage ins Goldene Haus. Ihr verlangt noch einen Dienst für uns. Ihr sagt uns nicht, wie hoch der Gefallen wäre für diesen Gefallen. Ich fürchte Schlimmes. Ich bin nicht so begeistert, diesen Gefallen einzulösen. Vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit. Fräulein, wer sollte diesen Freilassungsbrief unterschreiben? Xeran? Hm, möglicherweise dieser Richter im Namen Xerans. Ich denke, wenn Xeran direkt ihn unterschreiben würde, das wäre unglaubwürdig, nicht wahr? Zumal er nicht in der Stadt ist. Aber denken die Leute, dass er in der Stadt wäre? Ihr habt doch diese Illusionen gesehen. Das ist das einfache Volk. Ja, aber ich denke nicht, dass die Stadtwache oder die wichtigen Würdenträger hier in der Stadt nicht von seiner Abwesenheit wissen. Hm. Dann käme wohl nur der Richter in Frage. Vermutlich. Aber ja... Dieser andere Gefallen ist natürlich... Hm. Wie wäre es, wenn wir erst einmal das Goldene Haus erledigen und... Nun ja, Yalan befreien und so schnell wie möglich die Stadt verlassen? Nun, wir hatten ja ursprünglich vor, die Magdalena in die Speicherstadt locken zu lassen, um die Archen zu attackieren. Könnten wir das als Ablenkungsmanöver nutzen, um Goldhand zu befreien? Das wäre mein Gedanke. Wenn... Aber... Aber das hängt wiederum an diesem zweiten Gefallen. Auch dafür brauchten wir einen Brief von dem Fälscher. Mhm. Vielleicht sollte man uns erst einmal anhören, was ihr verlangt. Und dann entscheiden. Hm. Ich schlage auch vor, wir sollten erst einmal mit ihm reden. Und dann können wir immer noch sehen, welche unsere besten Optionen sind. Hm. Denkt auch daran, dass die Paktierer untereinander es üblicherweise mögen, gegen Diener der anderen Erzdämonen zu intrigieren. Gerade beim Herrn des Irrsinns könnte ich mir vorstellen, dass der Fälscher einen Gefallen daran findet, wenn wir unterschiedliche Fraktionen gegeneinander ausspielen würden mit seiner Hilfe. Dazu müssen wir ihn aber in Kenntnis setzen von unserem Plan. Und das würde ich gerne vermeiden. Von Teilen unseres Plans. Er ging davon aus, dass was auch immer wir tun, für Chaos in der Stadt sorgt. Und diese Vorstellung erschien ihm reizvoll. Vielleicht müssen wir nicht zu viele Details nennen. Vielleicht sollten wir erst einmal mit ihm reden. Ja. Ich bin jedoch dagegen, zuerst ins Goldene Haus zu gehen und danach Goldhand zu befreuen. Denn es erscheint mir sehr fraglich, ob uns dies dann noch gelingt. Denn das Goldene Haus scheint mir sehr viel besser bewacht als eine Wachstube am Tor. Nun ja, wir würden aber auch für Aufmerksamkeit sorgen, wenn wir ihn gewaltsam befreien. Und selbst wenn dieser Plan mit diesem Freilassungsbrief klappt, da erregen wir Aufmerksamkeit. Wir erregen Aufmerksamkeit, aber wenn wir sofort ins Goldene Haus weitergehen, vergeht nicht mehr viel Zeit, in der uns das schaden könnte. Nun. Aber wer bringt denn überhaupt Befehl dann zu ihm? Selbst wenn ihr so eine Freilassung fahren lasst. Ich habe gehört, Abelmir hätte da eine gewisse Historie. Ihr wollt, dass ich die Befehle übergeben? Achso, mein Witz. Ich nehme an, üblicherweise kommen solche Befehle per Boote? Ja, vermutlich eine Stadtwache. Hm. Oder eben jemand, der wie eine Stadtwache aussieht. Naja, wir wollen einen Befehl an den Anführer der Stadtwache übergeben. Der wird seine Männer schon kennen. Wir könnten jemanden schmieren. Wir könnten es aber auch einfach nur am Empfangsschalter abgeben. Wen würde der Richter schicken? Ein Gerichtsgehilfe wahrscheinlich. Ich denke auch. So sind Aledin normalerweise juristische Helfer. Hm, dann muss es ja keine Stadtwache sein, wenn der Befehl von ihm käme. Und es ist weit weniger wahrscheinlich, dass der Anführer der Stadtwache diese Personen alle kennt. Naja, aber was machen wir, wenn der fragt? Woher wissen, weiß der Richter überhaupt, dass der hier ist? Weiß doch der Gerichtsgehilfe nicht. Er überbringt nur einen Befehl. Naja, aber was ist, wenn der Rückfragen hat, weil er einen Befehl bekommt zu jemandem, von dem der Richter gar nicht wissen sollte? Nun, so eine Arena ist ein öffentlicher Ort. Unser Zeitfenster hat sich verengt. Das habt ihr gerade gesagt zu Lernin, nicht wahr? Ja. Gut. Ich schlage folgendes vor. Wir sprechen jetzt erstmal mit dem Fälschermeister. Genau, was der uns zu sagen hat. Und wir machen dann unseren Plan, wie wir vorgehen wollen. Und wir erst die Goldhand befreien, oder erst unser goldener Haus gehen. Was haltet ihr davon? Gut, dann müssten wir nur wissen, wenn wir einen Freilassungsbefehl bekommen könnten und dafür kein Blankoversprechen an einen Paktierer geben, wollen wir das? Oder erscheint euch das nicht praktikabel? Du meinst anstelle des Einlassungsbefehls in das goldene Haus? Nein. Anstelle des Befehls, die Magdalenate auf die Dämonenachen zu hetzen. Hm. Wir verhandelten mit ihm über zwei Befehle. Welcher Priorität hat, ist selbstverständlich. Aber... Warum bringt Yalan sich immer solche Schwierigkeiten? Ich verstehe es nicht. Klopft doch einmal erst ab, was der Fälschermeister sagt. Über den zweiten Gefallen kann man ja immer noch sprechen. Sagt das hier einfach heute Nachmittag oder wann auch immer wiederkehrt. Ich denke auch, eine gute Idee. Wir können dann gemeinsam besprechen, ob wir bereit sind, den Preis zu bezahlen. Gut. Dann bringen wir ihm erst einmal das Collier und geben ihm den wichtigen Auftrag. Denn in Sachen Goldhand haben wir ja möglicherweise noch andere Optionen. Im Fall des goldenen Hauses nicht. Das ist richtig. Hm. Also. Dann auch. Nun, ich denke, der Fälschermeister will nur mich und Shiris erzählen, vermute ich. Sie muss nicht alle Gesichter kennen, oder er muss nicht alle Gesichter kennen, die zu unserer Gruppe gehören, nicht wahr? Macht Sinn. Ein guter Gedanke. Dann lasst uns gehen. Währenddessen im Keller des Gefängnisses. Ja, Alain, du wurdest von den eigenen Ängsten gequält, die man dir in den Kopf gesetzt hat. Die Magier der Schwerter Bobratz, die versucht haben, dich zu brechen. Was wohl allerdings an deiner hohen Magieresistenz nicht ganz so gut gelungen ist, wie man das eigentlich vorhatte. Man hat dich natürlich auf profane Art und Weise gefoltert, zunächst in den Bauch geschlagen und getreten. Und nachdem man gesehen hat, dass du mal zu konstituiert bist, dich erst einmal in die Sammelzelle geworfen. So sitzt du neben anderen Piraten, neben einem Marasana, der dort ebenso angekettet ist, und versuchst dich erst einmal vom Leib zu halten, während die Zeit quälend langsam vergeht. Bis dann wieder Gero Siebenstedt neben dir, vor dir in den Gefängnissälen herantritt. Und die Piraten nur kurz verscheucht, die dort ebenso angebunden sind. Und dort mit einer großen Leibgarde steht, fünf Stück, zudem ein Magier, nickt dazu und hat wohl einen großen Bericht in der Hand. Korpulent, wie er da vor dir steht, guckst dir die Gesichtszüge an. Vielleicht mal ein Hochstapler oder sowas gewesen, jetzt wo er so fett geworden ist, vielleicht nicht mehr ganz so eloquent. Also... Ich rappel mich. Komm ran. Ich rappel mich auf, tritt auf ihn zu. Ah, Oberst. Nun, ihr habt hinreichend deutlich gemacht, wie ihr haben es euch die Lage ist. Ich bin mir sicher, wir können jetzt eine Abmachung auf Augenhöhe treffen, die uns beider Seiten proben. Ja, ganz sicher. Goldhand. Hervorragend. Sollen wir also, nein, etwas, ich blicke mich in der Zelle um, verhandlungswürdigeren Ort gehen? Ich habe nichts den anderen zu verschreiten. Selbstverständlich, aber nur unsere Zwischentür und Angel. Genau hier werden wir bleiben. Wie die darauf besteht? Unsere Magier haben in deinem Geist gefühlt und dabei die wahre Begebenheit erfahren. Sicher, du nennst dich Goldhand, aber du trugst vorher einen anderen Namen. Nun, ich trug viele Namen. Dies ist ein Teil meines Geschäftes. Ich bin mir sicher, dass er aus jedem einzelnen Händler, der hier hindurchkommt und in den, sagen wir, göttertreueren Landengeschäfte gemacht hat, herausquetschen könnte, dass er verschiedene Namen trug. Dies ist nun wohl kaum ein Verbrechen, nicht wahr? Er beachtet währenddessen deine Hand. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber mittlerweile haben wir einige Recherchen angestellt und wir sind uns sehr sicher, dass du derjenige oder einer derjenigen bist, die vor zwei Jahren auf dem Schlachtfeld stand. Ich versichere euch, oberste Schlachtfelder sind nicht Teil meines Metiers. Ihr müsst euch doch wohl irren. Ja, sicher. Er streicht sich ein bisschen über seine fleckige Garde-Uniform. Das Problem ist, dass eure Akte einige neue Einträge hat. Dabei dreht er das Pergament einmal um und du kannst sehen, dass er wohl was dazu geschrieben hat. Wir werden dir nicht anlasten, dass du den schwarzen Drachen besiegt hast. Das interessiert uns nicht, aber Unruhe in der Stadt. Zunächst war es nur eine einfache Schlägerei in der Taverne. Vielleicht fünf Dukaten Strafe. Aber du wolltest es ja darauf anlegen. Ich versuche, mich nicht zu verdecken, dass ich etwas entsetzt bin, dass er das mit dem Drachen die Verbindung hergestellt hat. Ja, verfügt meine Selbstverschungsprobe. Ist auch erschwert, ich sag mal sieben Punkte, weil du bist gefoltert worden und er sitzt am längeren Hebel, das ist einfach klar. Ich versuche schlechtes zu verbergen, dass man mich ertarpt hat. Nun ja, du überfliegst kurz das Kleingeschriebene. Er hat eine relativ gute Handschrift, würdest du sagen, wenn das dann von ihm ist. Und du kannst dann identifizieren, dass dort neben der Schlägerei steht die Unruhe in der Arena. Das ist dir sowieso anzulasten. Aber zudem der Mord an Zorbaran und der Mord an Shaisina. Oh was, ihr müsst euch doch wohl sehr... Ihr müsst doch wohl sehr falsch informiert worden sein von jemandem. Ich habe diese beiden Personen, solche Namen, noch nie gesehen oder getroffen. Er versucht dich ein bisschen zu lesen. Nickt dann. Ich glaube euch. Aber das spielt keine Rolle. Denn sie sind verschwunden. Und vor allem bei Shaisina wissen wir, dass sie ermordet wurde. Wir haben Blut im Keller gefunden und ein Überrest im Ofen. Viel war nicht mehr von ihr da, aber... Es ist mir auch egal, wer es war. Aber jetzt haben wir Entschuldigung und das ist am Ende das, was zählt, wenn Xeran hier auftaucht. Ich muss doch an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen und euch vielleicht erinnern, dass... ...mein Gefolge immer noch dort draußen mit dem Original eures Schuldscheines ist. Wollt doch sicherlich nicht, dass die Geräumenbank euch einen Besuch abstattet. Hm. Auch das mag möglich sein. Aber... ...diese Schulden hatte ich im Vorfeld schon. Entweder... Und sie könnten einfach so, ich schnipse mit der Goldhund, äh, leicht zittern vermutlich, einfach so verschwinden. Wisst ihr was? Ich glaube euch, dass eure Leute dort vielleicht noch draußen sind. Und vielleicht haben sie auch den Schuldschein. Aber wir werden sie kriegen. Denn jetzt wissen wir, dass sie da sind. Die anderen Helden vom Schlachtfeld, ja? Also wirklich. Ich hab mir gedacht, dass er nicht alleine hier auftaucht. Das ist eine sehr hanebüchende Annahme. Dieser Riese, der in der Arena stand. Mit dem Bären, der durch die Stadt läuft und dem Travia aus Geld spendet. Ein Fjarning aus dem wilden Norden. Riese. Ein Riese mit einem Bären. Und genau diese Informationen habe ich in meinen Recherchen ebenso entdeckt. Spielt keine Rolle, ob er Fjarning ist oder etwas anderes. Es wird von einem Riesen gesprochen. Oh nein. Ihr erscheint euch euer eigenes Bild der Wahrheit zusammengeräumt zu haben, Oberst. Wisst ihr was? Es ist völlig unerheblich, was ich jetzt mit euch zu tun gedenke. Denn das liegt nicht mehr an meiner Hand. Wir haben Xeran informiert. Er wird bald hier auftauchen. Also wirklich. Dies ist eine sehr leere Drohung. Jeder weiß, dass Xeran an der Front alle beide seine Hände voll zu tun hat. Und nicht voll mit Gold, wie man euch vielleicht erzählt hat. Er scheint wieder überrascht, dass du diese Informationen hast. Nick dann aber. Unerheblich. Wir haben ihn dennoch informiert. Und er wird hier auftauchen. Nun seht ihr, ich bin bereit zu warten und zu sehen, was passiert, Ober. Ihr auch? Ist dies ein Spiel, das er spielen wollt? Wer kommt zuerst hier an? Xeran? Xerans Bote, der euch sagt, dass er nicht kommt? Oder vielleicht die Schuldeneintreiber? Er nickt, grinst und tritt dann ab. Lässt sich zusammen mit dem Piraten abschauen in der Zelle schmoren. Wenn hinter mir die Tür zuklappert, stoße ich unter meinem Atom einige sehr kräftige Fluchworte aus. Versuchen wir da wieder eine Ecke zu suchen, die zumindest keiner reingepisst hat. Ja. Ja, neben dir, wie gesagt, immer noch der... Es sieht aus wie ein Maraskana. Du kannst ihn erkennen, wie er da in seiner verblichenen Robe sitzt. Ehemals wohl bunt und mit auffälligem Haarschmuck. Und scheint wohl die einzige höfliche Gestalt zu sein, neben dem anderen Piraten abschauen. Ich musste reden mal von oben nach unten. Selben ist schön, Bruderschwester, eh? Selbst hier unten noch? Selbst hier unten noch, Bruderschwester. Nicht zu oben, Wunderbar. Du siehst nicht so aus, als gehörtest du hier unbedingt rein. Hm. Was treibt dich in diesen Kerker? Nun, was treibt deinen in diesen Kerker? Weil, wie kommt man hier wieder heraus? Ich hatte da ein, zwei Pläne. Nun, das sehe ich euch an. Aber ich denke, im Moment ist Geduld. Unsere beste Waffe. Ich denke, das trifft wohl zu. Derweil geht Kurta und Abelmir durch die Straßen, durch die Gassen und kann nach kurzer Zeit wieder im Handwerkerviertel bei den Fälschermeistern auftreten. So, da sind wir wieder schildert. Ich hoffe, wir müssen diesmal nicht wieder sein unverschämtes Trinkgeld bezahlen. Du hast in die Tür geklopft. Du hast in die Tür geklopft. Die Tür geht auf und wieder einmal steht der gleiche Schilder vor dir, der dich feixend angrinst und die Hand auffällt. Soll ich sie dir abschneiden? Er schlägt die Tür wieder zu. Das war wohl die falsche Antwort. Klappt nochmal. Die Tür bleibt zu. Wir haben, was der Meister verlangt. Die Zeit vergeht. Ihr seid euch sicher, dass irgendjemand euch beobachtet, denn durch die Fenster könnt ihr sehen, wie die Vorhänge wohl zurückgeschlagen worden sind und sich da wohl einige Gestalten bewegen, aber die Tür bleibt erstmal zu. Vielleicht sollte er die erklopfen. Wie war das ja am letzten Mal? Wenn er nochmal öffnet, hat sich sein Preis sicher verdoppelt. Ich glaube, es waren 50 Goldstücke. Die könnte man auf Klugheit würfeln. Isaron wüsst das natürlich mit ihrem maedetischen Gedächtnis. Aber Abelmir, dein Kopf ist wie ein Sieb mittlerweile. Jetzt wo du die ganzen obskur-romantischen Formeln, die eingeprägt hast, erlebt schon für den Augenblick. 50 Dukaten müssen richtig sein. Die Tür wird nach einem Knopfen geöffnet und... Ihr könnt sehen, wie der gleiche Schüler dieses Mal vor Zulammen steht. Ja? Entschuldigt die Unhöflichkeit meines Begleiters. Wir haben, was der Meister verlangt. Und ich würde ihn gerne überreichen. Ich nicke meinem Begleiter zu. Ja, ich zücke meinen Geldbütteln mit 50 abgezählten Goldstücken. Ja, die streicht er sich ein, wird überrascht nicken. Letztes Mal waren es 10. Ich hätte jetzt 20 verlangt, aber wenn ihr mir 50 gebt, kommt mit. Verdammt. Das ist eine Schädigung dafür, dass er euch bedroht hat. Das war nicht der Grund. Sie haben sich umgeführt. Und könnt dann wieder vor den Requisiten stehen. Den Zauberstab von Borbarat, die Alchemistenschale. All das, was man hier so erblicken kann. Die Rawelskrone. Könnte man die nicht mitbringen? Ich meine, eine Anfertigung hat Rohaja wohl mittlerweile. Aber diese hier ist perfekt gearbeitet. Und nach kurzer Zeit steht Tiram Ion wieder vor euch. Schaut euch an, noch seinen silberig glänzenden Augen. Grüezi wo miteinander. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe gehört, ihr wart der Volkereiche. Das waren wir, Meister. Sicher schon. Also gut, dann brauche ich beide Gegenstände. Das Desiderat. Ich lege es auf den Tisch und schlage vorsichtig den Stoff zurück. Auch der Arcanum. Ihr könnt sehen, wie seine Augen silbrig aufleuchten und alles in einem Schleier getaucht wird, als ob er blind wäre. Dann klärt sich das Ganze wieder und dann nickt. Sicher schon, oder? Und hier ist das Dokument. Ich habe einige Gerüchte gehört. Ihr solltet nicht das Gerüchte hören. Ihr wart nicht ganz so leise, wie ich es erhofft hatte, oder? Es wäre sicherlich sehr viel intelligenter gewesen, wenn ihr das Artefakt besorgt hättet, ohne dass ihr es mitbekommt, oder? Man hätte hier die wirkungslose Kopie unterjubeln können und sie hätte ihre Macht Stück für Stück langsam brechen können. Oh, hättet ihr das mal erwähnt. Aber ich denke, in puncto eures Wunsches nach Chaos in der Stadt sollte das der Sache zuträglich sein. Sicher schon, oder? Sicher schon, oder? Und das zweite Pergament, das Siegel, habt ihr ebenso besorgt? Hier ist nicht vor euch. Sicher schon, oder? Ihr habt den Preis bezahlt und mir das besorgt, was ich brauchte. Damit kann ich euch innerhalb einer Stunde ein Schreiben anfertigen für das goldene Haus. Sicher schon, oder? Was soll darin stehen? Nun, schreibt folgendes. Hiermit ist dem Besitzer dieses Schriftstückes uneingeschränkte Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Der Besitzer ist autorisiert, den Krug der Lindegard aus dem goldenen Haus zu entfernen und zu mir zu bringen. Weitere Gegenstände sind nur gegen Quittierungen aus derselben herauszugeben. Unterschrift Ciran, Herr von Ciranien, unumschränkter Herr über Stadt und Länder, Wahrung, Meilung und Kokon, glaube ich. Titel, Titel, Titel. Sicher schon, oder? So, dass wir es, es müsste reichen. Nun, wir sprachen über ein zweites Schriftstück. Sicher schon, oder? Und vergesst nicht, dass der Inhaber des Dokumentos natürlich auch einen Geleitschutz bei sich hat, um die Sicherheit des Schatzes zu gewährleisten. Oder? Sicher schon, das kann ich anfertigen. Und just, wo ihr mir mitgeteilt habt, was ihr dort im goldenen Haus aufsucht, fällt mir nur ein Preis für den zweiten Gefallen ein. Sicher schon, oder? Der Krug der Heiligen Indigat. Auch ihn würde ich gerne einmal anfertigen. Aus einem Unikat, ein Unikum. Sicher schon, oder? Ihr meint, wenn wir euch den Krug zeigen, würdet ihr danach ein zweites Schriftstück anfertigen für uns? Sicher, sicher schon. Was, wenn wir dieses Schriftstück davor benötigen? Ich handel erst, nachdem ich bezahlt worden bin. Ihr müsst mich für einen dummen Mann halten, Nabarut. Das ist nicht so. Ganz und gar nicht. Wir werden den Krug euch nicht überlassen. Wenn ihr ihn abkopieren wollt, müsst ihr das in unserer Gegenwart tun. Das steht euch frei. Niemand hat gesagt, dass ihr gehen müsst, hm? Nun, wir müssen uns beraten. Wir werden euch Bescheid sagen. Sicher schon. Wir werden euch das Schriftstück in, sagen wir, einer Stunde vorbeibringen. Oder ihr könnt es abholen. Aber ich wurde bezahlt und ich werde liefern. Ja, danke. Den würden wir das abholen. Sicher schon. Dann, ein weiterer Handel steht im Raum. Es obliegt euch, ob ihr ihn annimmt. Ihr habt den ersten Kontrakt erfüllt. Seid bedankt. So, lasst uns gehen. Ich würde aus dem Haus heraustreten, aus dem Raum und aus dem Haus. Ja, ohne Probleme. Ich fühl mich schmutzig. Er hat etwas an sich. Ich weiß, was ihr meint. Er hat etwas an sich, was mich abstößt. Tja. Selbst wenn wir noch einmal an seinem Schüler vorbei müssen, denke ich trotzdem, es ist eine bessere Entscheidung, das Schriftstück selbst abzuholen. Aber lasst uns erst einmal gehen. Vielleicht nicht auf dem direkten Weg. Vielleicht hat man Yalan freigelassen. Oder sollte ich sagen Goldhand. Ich wünschte, ich hätte schneller geschaltet. Es wäre wirklich wertvoll gewesen, zu wissen, weswegen sie ihn. Ob es nur um den Aufruhr in der Arena ging. Glaubt ihr wirklich, diese Graden brauchen hier in dieser Stadt einen Grund? Die können jeden verhaften, aus willkürlichen Gründen. Wir brauchen zumindest einen Vorwand. Und der Vorwand gibt uns Auskunft darüber, worauf wir reagieren müssen. Nun, sei es wie es sei. Ich hoffe, die anderen haben einen guten Plan. Und nun ja, was dieses zweite Schriftstück angeht, ich bin immer noch nicht sicher, was wir wirklich den Krug in die Hände dieses Packtigras geben sollten. Nein, wirklich nicht. Aber wir sollten über Alternativen nachdenken. Du kannst uns antworten in die Sitzung nach zehn Jahren auf originale Gemeinde zu geôrlich Forum. Untertitelung des ZDF, 2020